Bist du einmal traurig und allein, gewöhn dich trans, wird bald immer so sein. Und bist du mal verzagt und findest keine Ruhe, dann kommt bestimmt ein Unglück noch mit dazu. Und trittst du einen Menschen, der dich versteht, der dir gefällt, dann wachst nur ab, wie lange er wirklich zu dir hält. Es ist alles so sinnlos, es hält ja gar kein Mensch mehr auf. Da muss man sich doch einfach hinnehmen, ohne man steht erst gar nicht auf. Und wenn in tiefer Nacht dein Böser Traum dich blab, so kommt doch ganz bestimmt bald ein neuer, drüber Tag. Und fühlst du den Moment lang sowas wie Glück? Auch das geht schnell vorbei und es kommt auch nicht zurück. Und alles, was du tust, ist letztendlich ganz egal. Es ist alles so sinnlos, es hält ja gar kein Mensch mehr auf. Da muss man sich doch einfach hinnehmen, und man steht erst gar nicht auf. Alles ist alles so sinnlos, es ist alles so sinnlos, es hat alles so sinnlos, jetzt ist das alles so sinnlos. Da kann man gar nicht mehr aufschauen, da geht man sich gar nicht lieber hin. Sinnlos, 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 sinnlos. Auch für dich, Andreas. Sinnlos, 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 sinnlos ohne Sinn. Dankeschön.